Eine Frage, sind Sie nicht bei den Ausscheidungskämpfen der Langstrecken-Gäher knapp ausgeschieden, bei der Olympia-Qualifikation? Eine Gegenfrage, was ist grün und stinkt? Das kann ich Ihnen im Dienst leider nicht beantworten. Noch eine Frage, warum meinen Sie, dass ich ein Funkstreifenfahrrad habe und keinen Wagen? Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten, solange Sie im Dienst sind. Richtig. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Nun zur Belehrung. Sie haben Trauer, aber wer trauert, bedroht die Welt. Und zwar, indem er nichts tut. Wer nichts tut, bedroht also die Welt. Sie bedrohen mit Ihrem Nichtstun jeden von uns. Mich bedrohen Sie mit Ihrem Nichtstun am allermeisten. Indem Sie keine Steuern zahlen, bedrohen Sie mein Gehalt. Also mich, die Polizei, den Staat. Das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt. Darauf steht bis zu zehn Jahren. Was gedenken Sie gegen Ihr Nichtstun zu tun? Zu saufen. Und zwar mit Ihnen. Damit ist alles geregelt. Aber ich trinke mit dir nur, wenn du kein Wort mehr über die Olympischen Spiele verlierst. Ich kann doch über was anderes reden. Mann, ich bin doch nicht doof.